Ja moin! Hallo und herzlich Willkommen zu 4 Spiele, ne 4 Freunde spielen ein Spiel gemeinsam Hi! Das Happening, hallo! Äh, ja! Entschuldigung, ist ein Insider, entschuldigung! Ähm, ja, heute spielen wir, äh... Ich, ja... Was ist das? Ich hab Angst... Wir spielen heute... Das ist schon das Spiel, was ihr gerade im Hintergrund seht. Ich hau ab. Das war nicht fair. So, das ist so ein globaler Chat... Ist einfach... Was? 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 Alter! Das ist so gemein, einfach. Das ist so gemein. Ey, jetzt aber... Also jetzt aber bitte, ne? Boah... Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst heute und der Tobi hat fett geübt! Der Tobi hat so fett geübt, Alter! Der mit den pinken Haaren, oder die? Ja... Vor allem... Ja... Und Erik ist... Ich weiß nicht, was das für mies sein soll! Was? Ich weiß es einfach nicht! Was? Das ist so ultra hässlich, was denn... Was? Soll das ne Sonnenbrille sein, Alter? Ja, das ist eigentlich ne Sonnenbrille! Eigentlich trage ich ne Sonnenbrille! Eigentlich trage ich ne Sonnenbrille! Warum hast du denn deine Augen so weitermachen geschoben? Ich habe einfach aus Spaß, weil es ging! Weil mir nicht drüber gucken kann! Ich finde, ich bin... Ich seh ein bisschen aus wie ein Darth Vader halt, ne? In italienischer Darth Vader! Ich seh ja von hinten schon! Du siehst aus wie ne... Du siehst aus wie ne aufgezogene Nachgeburt, Alter! Was? Tobi, Alter! Alles klar! Alles klar! Das reicht mir! Hier! Tschau! Reicht! Schönes Spiel! Schön gemacht, Tobi! Ja, geil! Herzlich willkommen! Beim Robi Scoochet-Raum! Sohohoho! Tobi, Alter! Dich bummst ich auch noch! Ja, auf der Strecke gleich am besten! Ja, wahrscheinlich nicht! Wahrscheinlich macht der Tobi uns fertig! Boah, ich hau dir erstmal ne richtig fette Banane hinten rein, Tobi! Der körrige wird bestimmt nicht! Ich weiß das schon! Schönen Dank, Tobi! Hä? Ja komm, lass mal Fahre hier auswählen! Ich will loslegen hier, komm! Achso, ja! Wie leuchtet der denn jetzt hier? Ich muss Start drücken! Äh, der Robboot ist hier übrigens ein bisschen... Okay! Ja, also Han und ich haben erst einmal ganz kurz geübt! So ein, zwei Runden, das war's! Damit keiner hatet direkt mal vor! Aber wir machen ohne Com, ne? Also so wie es sein muss! Ohne was? Also ohne, ohne KI, meine ich! Achso, ja, 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 ja! Ja, ja, klar! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Und ohne Bananen und Schildkröten und sowas, ne? Alles klar, hab ich auch hier super! Ohne blaue, ohne blaue Bombe oder so, ne? Was ist ne blaue Bombe? Äh, wie viel, wie viel Rennen wollen wir fahren? Direkt vier? Also vier Stück? Ja, ja, warum nicht, komm! Alles klar, dann wollen wir doch mal loslegen, Freunde, ab geht der Spaß! Wir wissen noch gar nicht... Alter, vor allen Dingen der Hass wird so real sein, ich weiß es jetzt schon! Ich bin verteilt aufgeregt! GP 200 CEM! Ohne Team! Standard! Standard! Ohne Com! Stand fallen! Vieren! So! Ich kenn die Strecken alle nicht! Ich weiß gar nicht, was wir... Also Regenboule war jetzt sehr geil! Macht Spaß! Hier gibt's Remake-Strecken vom N64 auch unter anderem, ne? Wo, wo, wo! Ah, Exit-Exit-Bikes-Stadion find ich geil! Genau! Königliche Rennpiste gibt's auch und sowas... Es gibt eigentlich... Obi, Alter, du bist die Königliche Rennpiste! Die Autobahn gibt's... Ich will... Ich hab' mir keine Augen mehr! Hä, was? Ich glaub' ich nehm' das! Du hast mit mir keine Augen mehr! Wie, ich hab' keine Augen mehr? Die laden... Die looten erst nach, das ist ja ekelhaft, ey! Oh! Ich hab' ne schöne Map genommen! Oh, jetzt bin ich gespannt! Ja, Paar nimmst du nicht gleich! Ich glaub' mein Sound... Mein Sound kackelt ab und zu... Was? Ja, geil! Die Doom-Map! Oh! Entschuld... Haas, Entschuldigung! Meine Fresse, du! Ey, Paar nimmst du nicht aus Deutschland? Nee! Die ist international! Guck dir mal die wunderschöne Mie von Erik an! Das ist ein Traum! Ging das System! Jetzt geht's los ab! Oh Gott, ich hab' Angst! Der... Alle bei drei schon aufladen! Der Hass wird real! Ich hasse euch übrigens jetzt schon! Jetzt, jetzt! Ja, ja! Ich hasse euch jetzt schon! Alter, du bist so'n Wichser, Kevin! Er fängt schon... Er nimmt natürlich den Superstart wieder hin, ne? Es fängt schon... Es fängt schon direkt so an! Hier! Ey! Oh, scheiße! Ey! Ich kam wieder zurück! Was? Was? Na, guck mal her! Oh! Oh! Die Zielstrecke ist echt scheiße! Wer hat'n die genommen? Alter, was soll das? Ich hängt voll hinten... Ich fang hink voll zurück! Du hast die ausgesucht, Erik! Tobi, du hast die ausgesucht! 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 Nein, ich hab' die ausgesucht! Stimmt, Erik hat die ausgesucht! Ja eben! Tobi, Tobi! Das kann man auch so nicht sagen! Aus dem Drift ist die Schrecke echt scheiße! Tobi hat übrigens auch seinen Mie genommen! He! Oh Gott, was ist das überhaupt? Tobi, hier Banane! Oh nein! Nein, nein! Nein, nein! 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 Es geht hier echt gut! Alfa! Ja voll! Oh Gott, das ist so scheiße! Oh Gott, das ist so scheiße! Oh Gott, ich bin so scheiße! Eeeh, Tobi, geh weg! Ach, sie weg! Ach, sie weg, sie ist doch nicht so. Wie macht ihr das? Wo bist du denn hin? Da! Eeeh, Tobi, du pop! Oh, jetzt ist der auch noch vor mir, aber das geht ja gar nicht. Geht ihr vom Garteling gucken, oder wie macht ihr das? Wir müssen die Tatten fahren, ja, aber man muss... Wie, wie, wie möglich bin ich denn? Mit, äh, mit den rechten Tasten, mit den Totertasten... Ah, Mann! Hey, was war das Ding? Ah, okay. Ja, das guck ich dann. Ah! Geh weg, Erik! Oh, mein Zaun krakelt ab und zu mal. Huuuuh! Huuuuh! Oh Gott, das ist echt scheiße! Alter, nein! Nein! Er leckt mich doch. Voll gut. Komm her! Alter, was? Nein! Ja! 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 Auf welchem Platz bin ich? Oh, ich bin drei von... ne, hä? Ja, oh, du aber! Drei von drei, hä? Achso! Achso! Ich bin auf dem zweiten! Achso! Ja, Alter, ich bin grad zum zweiten Mal! Ich bin drei von drei. Ich bin drei von drei bei vier Spielern. Das ist enttäuschend, das Ergebnis. Ich bin zweiter geworden? Jawoll, Erik, du hast es geschaffen! Und nur Curry, der nichts nutzt vor mir? Was ist los? Tobi, wie bist du auf dem dritten gelandet? Scheiße! Ich weiß es nicht, das war nicht meine Strecke. Ich muss aber erst mal reinkommen. Länger nicht gespielt. Aber geil, F-Zero! Ja, aber so schlecht bin ich gar nicht hier! Boah, F-Zero, cool! Voll geil! Ha, ich bin so alt. Tudududududuuu! Tudududududududu! Jawoll! Curry. Curry, das Lieblingstrecke! Da wird so fett gewinnen gerade. Ist das die Regenbogenstrecke? Oh mein Gott! Ja, es gibt mehrere Versionen von denen, ne. Das ist die SNES-Version. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Das ist verwirrend, auf jeden Fall. Alles klar! LSD, ab in den Armen! So, direkt bei der Dreiste anfangen, ne? Dann sind wir schneller! Das sind ein paar bessere Power-Ups, ey! Also, um den Toro-Start zu machen, müsst ihr mal bei zwei aufladen. Ja, tschüss! Tobi, ach, das war der Kämpfer gerade. Aber ist das richtig, dass man bei dem driften springt dann, ja, ne? Wo ist das denn? Boah, Alter, das geht nicht so schnell! Okay, ich vergesse immer, dass man hier ja rausfliegen kann. Ja, wow, mega geiler Wurf, Kevin, super. Richtig nice. Hör auf mich zu konzentrieren, gerade ist weggeflogen. Hansi, wie machst du das? Du driftest doch gar nicht, oder? Ich hab keine Ahnung, wie man driftet. Wie kommst du über die Kurven? Ja, aber driften ist wirklich besser, du musst halt vorher schon anfangen, ne? Damit du halt genau die richtigen Linke bist. Hansi, wie kommst du über die Kurven, wie machst du das? Ich geh kurz vom Gas. Achso, ja, das hab ich gerade auch gemacht. Und immer wenn ihr springt oder so, dann könnt ihr direkt die Schultertaste drücken. Ciao, Tobi! Nein! Nein! Tschüss, Erik! Oh, fuck die Hölle, ich hab grad den Tobi gehabt. Diesen schmierigen kleinen Darmstädter. Tobi! Nein! Ciao, Tobi! Wie trifft man denn? Wie trifft man denn? Wie trifft man? Wie trifft man? Wie trifft man? Ich meine die jeweilige Richtung. Also links oder links? Ich kann nur mit der rechten drücken. Okay, ich muss das echt üben, ich kann das überhaupt nicht. Ja gut, das ist nur die rechte, das ist nur die rechte, sorry. Ich kann das echt überhaupt nicht. Also diese Regenumstrecke, ne? Du fängst am besten schon vor der Kurve, weit vor der Kurve am besten an. Ja eben, du musst halt genau den Winkel treffen. Nein! Nein! Ich geh auf! Was? Was? Alter, wie hab ich mich denn noch gerettet? Was zum Teufel war das denn safe? Ohohoho! Nein, das dachte... Alter, ich segel jetzt dauernd runter. Ja? Ja. Ah! Und schon wieder, oh maaaain! Tobi! Boah! Ich will nicht jetzt rein! Nein! Huuu! Nein! Huuu! Nein! Ich will wieder diese Hilfe haben. Das war wieder gut. Ja gut, vielleicht könnt ihr, vielleicht solltet ihr die für den Anfang anmachen. Ja mit Lenkhilfe kannst du halt glaub ich wirklich nicht rausfliegen, oder? Boah, schwierig, bin tausendmal rausgeflogen grade. Ja, das ist unfair, ne? Boah, gut, das Planet spielen. Mach die ruhig an, also... Dankeschön! Dann geht das Tick grad voll. Entschuldigung! Nein! Ihr könnt die ruhig anmachen, wenn ihr wollt, ne? Also ist kein Thema. Hey, was für Planeten! Wir haben doch Spaß! Ja! Das ist ein Ego-Ding! Ja, so far wenn du beim nächsten Rennen nicht erst hattest, wirst du ja auch nicht richtig. Das ist ein Ego-Ding! Scheiße! Was? Ich hab Bock auf die hier. Boah, verdammt! Guck mal, das sieht doch fröhlich aus. Animal Crossing, jaaa! Ich will die ja, weil da... Mal da Kjara Oho hochfallen. Sollten wir die Rundenanzahl vielleicht erhöhen von 3 auf 5 oder so, später mal? Ja, ja, das können wir eigentlich echt machen. Ne? Weil das ist immer so schnell vorbei. Ja, achso! Ich hab da wirklich jetzt zweimal kleine Strängen, also das war schon... Vielleicht ist das anders. Aus der Festung? Ja, aus der Festung! Alles klar! Ihr gebt euch aber auch hart gleich am Anfang. Könnt ihr Tobi kommen? So! Alter! Was hast du eigentlich für einen silbernen Pfeiler als Auto, Tobi? Das ist ein richtig schöner, klassischer... Aber das ist der, der ist richtig schnell, ne? Ne, die haben ja eigentlich keinen Unterschied, ne? Echt? Fägt euch! Ey, was ist mit dir los? Oh, Entschuldigung! Was? Ah! Nein! Boah! Alter! Leck mich am Sack! Nice! Äh! Was ist das hier? Ich kann nicht mehr öffnen! Äh! Äh! Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Alter! Fahr das erste! Was? Was ist hier los? Ah! Hilfe! Was denn? Hilfe! Was? Nein! Nein! Was ist hier los? Alter, ist das mies! Was ist das? Wuhhhh! Was ist das hier die Schrecke? Was ist das hier die Schrecke? Was ist das hier die Schrecke? Ah, ne? 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 Oh! Das ist ja furchtbar. Waaah! Abfahren, Hilfe! Ich glaub ich brauch mir die Lenkhilfe auch noch mal an, ey. Ich hab auch schon überlegt. Huuuh! Ernsthaft? Der Wichser! Huuuh! 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 Oh! Oh Mann! Haha! Alter, Alter! Was ist denn voll ein bisschen los? Hey, du bist doch grad von mir runtergefallen oder nicht? Hä? Wer war das? Entschuldigung, Erik! Was soll das, was soll das, Tobi? Ich dachte, wir wären Freunde. Tut mir leid, Erik. Alter, Tobi, was soll denn die Scheiße, Mann? Du alter Hustensack! Und jetzt noch mal die Scheiße rein! Wieso ballert irgendwie alles rein? Ich war so froh, endlich mal vorne zu sein! Ihr seid so ne Dreckspisser! Ihr seid so ne Hustensäfter! Alter, ihr könnt mal fett scheißen gehen! Nein, schon wieder diese Faust! Warum immer die Faust? Alter! So! Hilf mir! Ich bin so angespannt! Tobi, weh! Mann, ich fahr mal gegen die Fickwand! Ja, fahr gegen die Fickwand, Tobi! Komm, jetzt gib mir ne rote! Komm her! Ich bin auch eine rote Dame! Ja! Tobi, leg mich! Nein! Yeah! Was geht, Freunde? Was geht, Freunde? Ja! 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 Hä? Was ist los? Achso, das ist die Gesamtliste! Oh, Alter! Oh, Mann, ey! Du hast 200 CC gemacht, ne? Ja, das ist 200 CC, ja! Alter! Was heißt denn 200 CC? Das ist die Geschwindigkeit, ne? Achso! Ich glaube, die schwierigste Stufe! Alter! Was soll das, Curry?! Also... Hä? Ich... Die schwierigste Stufe, ey! Das war genau meins! Alter! Oh, war ich überkonzentriert gerade! Ich glaube, ich hab aus dem Arsch geschwitzt! Weißt du, was das heute Nacht die ganze Zeit machen werden? Ich werd so hart! Was? Was könnt ihr doch so nicht sagen, jetzt? Oh, was ist denn das? Tobis Kuhweide! Was ist los? Auf zu meiner Familie! Die Kumuweide! Auf zu Fladen? Ja! Kumu? Ist das die Cosplayerin? Äh... Ja, auch! Achso, okay! Kumu! Okay! Die Kumuweide! Okay, das... Das Problem ist, Tobi kennt die Strecke echt gut! Ja, ist echt so, Tobi! Ja! Nee! Sonst hätte er sie ja nicht genommen! Tobi... Ey, warum... Warum bist du schon so vor... Warum kannst du... Obwohl du bei 3 schon drückst, den Turbo kriegen, Mann! Ja, aber da ich ein Bagger bin! Ja, du... Schaut dir nicht mal, wer ein Bagger ist! Dann auch rein! Alter! Han, warum?! Hör! 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 Hey, warum soll ich gehen? Äh, nein, ich geh nicht weg! Hör! 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 Was? 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 Ich rede grad noch, wie schön das bei Nintendo ist. Alle kommen halt ran! Mein Penis! Was? Aus dem Wisch, Mann! Mann! Jetzt gebe ich Zuckerbastel! Jetzt ist schon langsamer von der CCL-Zahl. Woa, 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 Tobi, komm mal her, Tobi! Was war ich denn da? Ich geh nach Pink! Ich geh nach rechts! Jawoll! Was ist das? Geil! Tobi! Leck mich am Sack! Was denn? Leck mich am Sack! Du ekelhafter! Ey, nicht so witzig doch! Willst du mich verarschen? Curry, komm doch mal bitte runter jetzt! Ein Stern auch noch! Ne! Die Pan hat einen Stern! Hatte! Ja, ich bin ganz kurz die Erste! Uh! 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 Zack, Junge! Gönn dir Tobi! Was hat er jetzt mit seinem scheiß Bum-Arsch-Rang, ey! Bum-Arsch-Rang, Alter! Geil! Boah! Nur die richtige Web, komm! Oh, scheiße! Hä, wer hat da die Eisbüten gefahren? Ja, warte mal! Warte mal rum Curry! Du kleiner, du kleiner schmieriger Pisser. Was war das schon wieder Curry, hä? Du kleiner schmieriger Pisser, hm? Ich bin weg, du brauchst gar nicht warten, bis ich an dir vorbeifahrt. Ja, warte ich nämlich. Du denkst mir auch, du bist der härteste hier im Rennen, wa? Hey, leck mich. Ihr kriegt jetzt alle eine richtig fette Schuhe. Hey, bist du uns drohend Curry? Ja, gönn dir. Hey, Curry, Alter. Hey, Izzy, komm mal her. Nooins! Ja, 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 ja. Hihihi Curry, was los, Alter? Was ist los Curry? Ja, kein Curry. Nein, scheiße, ein Tüten! Weg mit der ein Tüten! Du, 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 du! Ey, gib was weg, länger. Was ist los, Curry? Alter, du bist ein kleiner Pisser. Hab ich nicht getroffen! Oh, fuck! Ich hab dich getroffen! Ich hab dich getroffen! Ich bin ein Apo und steck mir immer Bananen rein. Geil! Nee, hast du ein Problem mit der da? Voller Homophobe. Bist du gegen Sex mit Bananen? Jawoll, hau rein! Nein! Wie kann ich denn genau da rein? Oh, wie gemein! Oh, ich bin fertig! Achso, ich bin schon fertig! Oh! Aber ist nicht los! Ich hab dich den zweiten gönnen können! Gönn dir, Gönn dir, Gönn dir! Gönn dir, Gönn dir! Alter, ich war zweiter, du Wichser! Dobi, du Lusche! Alter, war das los? Alter! Alter! Oh Gott! Aber ist schon schön, ne? Das macht leider echt viel Spaß! Ja! Oh Gott! Freut mich ja jetzt schon, wenn wir mal ne Runde Schlachten spielen, ey! Es ist so gut und so furchtbar! Ja! Ey, was gehen wir denn jetzt? Huch! Nein! Nein! Ich bin zurückge- ich bin so ein Idiot! Was? Ich muss kurz wieder ins Spiel kommen! Okay! Ich komm mit der Steuerung nicht ganz klar! Jaja, drückst du auch immer B als äh... Jaja, ich hab das auch! Ich hab das auch! Alles klar! Bist du wieder drin? Naja, alles Idiot! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Warte! So! Oh! Tobi, du Schleimarsch! Halt's Maul, du hässlicher! Ist ja widerlich! Tobi, was ist los mit dir? Ich bin doch schon drin! Achso! Glaub ich! Also hier! Guck mal, man sieht die Krone! Ich hab gar keine Krone bei mir! Ach, weil ich rausgegangen bin, glaub ich! Das sieht aus, wie wenn die Haare aus der Nase wachsen! SRS, siehst du, kürt nicht der Welt, ey! F-Zio! Yeah! War anders! Hast du auch ein Video! Geil! So! Wer kennt's noch? Mutti City! Alter, F-Zero ist so lange her! Ab geht's, man! Gibt doch schon 30 Milliarden Remakes, oder nicht? Hm, was gibt's? Gibt doch schon 30 Milliarden Remakes, oder? Ja, mit Sicherheit! G-Zero! Boah, ist das kass, das mal in so ne Grafik zu sehen! Scheiße, ich hab die Fingert! Ja, schau dir voran, ne? Ja, das ist eh! Ah! đã sind multiplayer! Wuuuh, deine Brünge voraus, yeah, baby! Mann ist생秒! Oh, wie geil! Wo, es ist geil, einzus Piknitzel! Ey, hau, ab! acting geknallt! Scheiße,urrr, das ist legal! weltweit! unoal! Ja, deine Mutter hast Turbo! Das macht dich wirklich schneller! Was? Nein! Doch, doch! Gegen Partion! Woah! Talent, ich bin auch aufgefallen! Rausfall macht dich schneller, Kirby. Joa! Nein! Das war echt doof. Wow, das war ja richtig gut abgefüllt. Krass. Mann, komm mal her. Jaaa! Jaaa! Nein, was? Oh nein, er hat einen Stern, er hat einen Stern! Was ist wegleuchtet? Ich glaub, ich hab eine Banane an hier mitbekommen. Ey, ich hatte ja jemand, der wartet nur drauf. Hä, was, was, was? Wo ist Tobi überhaupt, der Toast? Tobi ist auf 1. Der Tobi ist auf 1 vorne irgendwo. Ich muss mich konzentrieren, Mann. Deswegen, wenn der Tobi nix mehr sagt, dann weißt du genauer... Alter, was soll das? Oh, die Schrecke! Hey! Oh, meine Versuchte. Oh nein, wieso passt mir das immer? Immer genau diese Stelle. Diese Stelle ist mein Nemesis. Oh, scheiße. Banane! Nemesis, wie sie's wollen. Was? Hey, was? From Hero to Hero. From Hero to Hero. Check da die mit Sarah Connor-Songs an, oder? Ey, was tut du denn nicht, Tobi, Alter? Ja, was ist los mit dir, ey? Alter, wie weit bist du denn weg? Ja, was ist los, Alter? Gib mal Banane, ey. Ja, Tobi, ne? Ja, Tobi, ne? Ja, ja, doof, ne? Eik! Alter! Pan, warum? Warum Pan? Du blöde Kuh! Ach, lecken, Tobi, ey. Ja! Ja! Bama-Bi! Geil! Ja! Warum, wer weiß? Das gibt's doch nicht. Wer hat nämlich gerade am Ende noch wegge... Wer hat mich weggehauen am Ende? Der kommt mit der fetten Patrone einfach um die Ecke gefahren, ey. Wie so'n Torpedo. Ich fühl mich jetzt schlecht. Mon, Pan ist schuld. Ich werd's wieder spüren lassen. Na, Erik, du Lauch, bist du wieder letzter. Alter! Ich hol der Pan keine Süßigkeit mehr vom Regal. Soviel ist klar. Das ist jetzt vorbei. Ja, das ist einfach oben auf dem Regal. Das ist nicht mehr blöd, ich komm da gar nicht mehr dran. Ey, Tobi, warum hast du jetzt auch ne Krone? Haben wir Gleichstand, oder was? Ja, ja, wir sind beide... Egal, Tobi. Lass mal... Zeig mal deine Krone, ey. Oh, Tobi, zeig mal her. Komm, hier, Yoshitale. Dann fickt euch doch, vielleicht kriegt ihr auch noch einen Kronen-Erben. Alles klar! Guck mal, wie wir stehen mit ihren beiden Kronen. Oh, oh, wir sind was besser. Oh, oh, oh. Ganz heiß. Alles klar, Tobi hat Tobi noch die Strecke in den Arsch geschoben. In seinen weißen Arsch. Alter, widerlich. Die Strecke ist echt kacke, Mann. Das ist N64, das kann gar nicht kacke sein. Doch. Nein. 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 Ich zeig dir gleich, was kacke ist. Mehr als Paul. Ich zeig dir gleich, was kacke ist. So'n Disney-Song. Ah, die Entzündung! Lass mich stehen! Lass mich stehen! Ich hab irgendwie Soundprobleme gerade beim Capturern. Oh, das ist durch. Curry, ist das dein Ernst? Echt Curry, was soll das? Was denn? Was denn, Tobi? Was willst du? Was? Ich hab's nicht gesehen, aber dann geworfen. Hä? Ich hab überhaupt nichts geworfen. Ich hab irgendwie mal was eingesammelt, mein Freund gemacht. Tja. Komm mal rum her, Paul. Komm mal rum her. Dann zeig ich dir mal, was ich eingesammelt hab. Alter, was? Was Pan, was? Boah. Ich mache meine Süßigkeiten drogen ernst. Ich mache meine Süßigkeiten drogen ernst. Ich mache meine Süßigkeiten drogen ernst. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß mehr jetzt. Schmeck mich doch mal am Fahrt. So. Dein Leben wird grau und bitter sein. Es geht ein. Das ist eine Mode. Was ist mit dir? Schämst du dich eigentlich nicht, oder was? Nö, geht. Hauch los ab, Alter. Alter, die haben beide einen Stern. Willst du mich verarschen? Jo, weil wir liebischwärts sind. Fahr vorbei. Fahr vorbei. Holt euch Curry. Tschau. Tschau, Curry. Oh, schade. Schade, Tobi, ne? Schade. Schade, Tobi, ne? Schade. Ja, schade, Tobi, ne? Hab ich echt alles abgerechnet, mein Freund. Musch dich. Musch dich doch gar nicht. Nein! Ey, du. Warum kriegst du immer diese scheiß roten Schalen, Alter? Das machen immer die, die hinter einem sind. Das ist abgekommen. Immer die gehen. Ey, leck mich doch am Sack. Ey, ist ja nice. Nice fahren. Super fahren. Schau, Bahn. Arschle. Was? Was? Geh kacken. Was hast du gesagt? Was? Ah! Uh! Uh! Geil. Ah, schön. Gemeins. Und heute wieder ein Thema häusliche gewalt. Düdydydydydydydydydydydydydydydydy busywey. Komm, komm, komm Komm, komm Komm, komm Hast du wieder rote Schale? Hast du wieder rote Schale? Rote Schale weicher Kerl? Ja, abgewährt mein Freund Oh nein, wir werden da wieder ein Stern Nein, das kann nur die Pan sein Wow, das Ei kommt angerollt Leute Ja, Tobi Gönn dir die rote Schale Ich hab mir geraten Weiß ich auch nicht Oh, abgewährt, sorry Tobi Oh, die Pan, das gibt's gar nicht Nein, nein Mann, für dich, für dich Für Kinder Äh, schade Mando, Alter, da sind die meine Strecken heute Was ist los? Das war schon mal besser Ich muss jetzt mal Dann zieht die in der letzten Kurve an mir vorbei Ja, Pan gut gemacht, ey Du machst den echt gut, ey Alla, ich muss die Pan jetzt echt mal verprügeln Thema häusliche Gewalt, bitte sehr aktuell Leute Ich mach mit, ich bin dabei Immer fett reinboxen So, aber seid ihr jetzt komplett bescheuert Oder was? Wann ist da los? Okay, dann bin ich still Tschüss, bis zur nächsten Folge Achso, oh ja Ist noch gar nicht Tobi, immer mit der Ruhe Ganz locker hier Tobi, immer locker mit der Ruhe Ein Rennen ist noch Ein Rennen ist noch Ein Rennen haben wir noch Nein, das wollte ich gar nicht, ach ist egal Was ist das denn? Wipfelweg wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich Ich wollte Animal Crossing eigentlich Wipfelweg Hey, die Pan kriegt ja auch alle Strecken jetzt Jetzt kriegt die Pan auch alle Strecken, na klar Gut für die Pan Gut für die Pan, weißt du? Hyrule, ey Hyrule oder was? Ich häng da mit meinen scheiß zwei Punkten Ich hab früher immer Hyrule gesagt Hyrule? Ich war doch ganz klein Oh, passt auf 3, 2, 1 Und es geht wieder um den Trupp Filschlag Alter, hab ich nen geilen Lederarsch Seh ich gerade Aber das gut ist, oh die Münzen sind hier solche Das macht fehl Tobi, ich weiß nicht, hey, ja Voll schön Wart war das denn gerade? Sorry Weg Aus dem Weg, man Aus dem Weg, Alter Ich will das Pferd sammeln Hä, was war das denn? Was denn? Ich hab mich gerade erwischt Hä, aua Warum die beißt ja? Was? Hehehe Ich bin Curry Ich muss nicht leben Ich kann alles Alter, hab ich ehes gemacht Du fass Oh, scheiße, ich hab das falsche geworden So Alter Glauben, hackt ihr, ey Mir geht gut, weil ich der Curry bin Alter, Pan Ja, das war Pan Du dreckigen Tobi, du musst leiden Nein Das ist das denn scheißernst Da, bedankt bei der Bahn Digga Bei der Bahn Bei der Bahn Digga Bei der Bundesbahn Tschau, Bahn Tschuuu Nein, aua Oh, fuck Toll 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 Ach, da muss man wirklich gegen fahren gegen die Dinger Wie, da muss man dagegen fahren? Was? Der Tobi fährt immer gegen diese komischen Köppel da Ja eben, die machen schneller, Erik, wie gesagt Ja, ich hab denen das nicht geglaubt Ja, danke Ja, hä, na klar Ja, wirkt mit euch Doch, da ist da, da ist ich doch nicht anscheinend Geil Ey, wenn der gleich wieder mit nem rotem Panzer um die Ecke kommt, ne Dann stehe ich hier nackt auf dem Tisch, ey Was wolltest du da gerade machen? Gar nicht Oh, fuck, nein Was hat der ein Pan? Pan? Was war das? Ich muss da eigentlich die Tür wieder vorne werfen, ich weiß die, wo wir uns gemacht haben Ich bin so schlecht Ich bin so mausig Äh Pan da oben, nein doch Nein, was? Oh, man, warum hab ich denn die Pelle? Gibt's doch gar nicht Oh, Tobi, Tobi Okay Sorry, Tobi, tut mir leid Scheiße Nein, nee, niemals Tobi, kannst du vergessen, 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 kannst du was vergessen, Alter Aaaaaaah, nimmel, nimmel, nimmel Man, wir schießen uns hinten immer gegenseitig, aber der Spaß nie gewinnt dauernd, Alter Das darf doch nicht wahr sein, ey, das darf doch nicht wahr sein Das darf doch nicht wahr sein Das ist nicht wahr Das ist nicht meine Strecke hier Ich bin so eine Drecksau, Alter, du bist so eine Drecksau, Tobi Was habt ihr denn gemacht, Alter? Das ist ehrlich, ne? Ach man, ich will auch mal teilhaben bei euch da vorne, ich krieg ja nix mit hinten Haas, wir müssen uns konzentrieren, wir dürfen nicht reden Aber die reden auch die ganze Zeit, die beiden Ja, die sind aber erfahrener als wir Die beiden Schwulen Er-Erfahrener Erfahrener Mano, schade, steht bei mir Nächste Folge dann was anderes? Ja, nächste Folge spielen wir dann lieber F-Zero Was? Was? Oh Mann, ey Was? Tschüss Aber stimmt, da hast ja auch 10 Stunden Spielzeit, ne? Hab ich gesehen Ja, Erik, ja Gut gesagt Ja, ja Das... Hier, warte, ich muss noch kurz beschweren Oh Mann, fair! Das war so unfair Ich geh mein Bestes Das ist mein letztes Spiel Ja, mal schade Okay Aber nächstes Mal gewinne ich Ah Schönen Dank So Danke fürs Spielen Hurra Ja dann, äh, tschüss Ja, ich würde mal sagen, ich hau abrufen Achso, hurra, wir spielen ja bald wieder Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Mal gucken, was wir dann spielen Nochmal Nochmal Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Schlachten Ja, ja Tschüss